Hey Cap'n, diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von Starz. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBC als Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der hunderttausend Zivilisten werden wohl totenden, äh, Korridor. Und tot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja. Nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese Umbad im Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen's nicht allein. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlagen zuerst. Du brauchst... Best. Christiane Liebe. Glückwunsch. Ich weiß, mich zuerst. Vielen Dank.